Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Kurzvideo. Heute mal nicht auf einem Lost Place, so wie man hier auch sehen kann, nicht in Tarnklamotten, dafür mit einer Ankündigung zu meinem Musikprojekt Echoes of Life. Mein neues Album ist heute online, trägt den Namen Seven, ist mein siebtes Album, absichtlich den Namen so gewählt, weil es sieben Tracks hat. In dem Album wird eine Menge verarbeitet, was so in ganz vielen Jahren passiert ist, unter anderem sinnlos zu viel Alkohol, sinnlos mit Menschen umgeben, von denen man dachte, dass sie Freunde sind, die aber einen dann doch im Endeffekt belogen, betrogen und ausgenutzt haben, aber auch das Ende einer Beziehung mit einer wunderbaren Frau nach fast zehn Jahren, was ich nicht hätte machen sollen. Das Cover, ja, Real Life oder wie eine sehr gute Freundin von mir und Musikpartnerin, die Monika, Grüße an dich an dieser Stelle sagen würde, pur und echt. Link in der Beschreibung, Playlist in der Beschreibung. Diverse Musikrichtungen, unter anderem Ambient, Darkstep, Dubstep, Chillout, aber auch Psytrance, Minimaltechno und für die Technophronen natürlich auch diverse Genre-Gemische. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Ja, listen and enjoy to the echoes. Stay tuned.